Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Was du es allerdings dort so erklärst wie da, kenne ich mich dort auch nicht aus. Aber okay. Das ist klar, Raunke. Ich meine, so oft mache ich das nicht. Also 5. Februar in Wien gibt es den Chor der offenen Herzen. Bitte anmelden unter info.at.songs.at. Was ist der Chor der offenen Herzen, wenn die Leute nicht singen können? Also ich meine, was kommt da? Das ist der Punkt. Ja, Moment. Die glauben ja manchmal nur, sie können nicht singen. Ach so. Ja, das sind die, die so in der Schule gesagt haben, bitteschön, sei leise, weil du kannst nicht singen. Ja. Und dann machst du den Mund nicht mehr auf. Und das finde ich schon. Ich sage das manchmal in einem Konzert, sage ich zum Nachhinein, bitte singen Sie nicht mit. Sie machen das alles kaputt. Ach, Sie sind das doch. Ich bin das. Okay, diese Menschen kommen dann bitte zu mir. Ah ja. Ja, genau. Am 5. Februar in Wien und am 12. Februar in Hermagor, Bezirksmusikschule. Hermagor, die Heimat vom Assinger. Ja, auch meine Heimat. Ja, naja, aber der Assinger ist halt bekannter im Moment. Aber jetzt arbeiten wir mit dir. Genau. Wir machen dich jetzt auch bekannt. Ja, schön, freue mich. Nach dem Gespräch bist du sowieso bekannt. Ich hoffe, da kann es sein. Ah, bitte. Hatst du dir auch alles erzählt? Ja. Weil du bist draußen gestanden, als ob es da irgendwas gestohlen hätte. Du, das war entzückend. Ich wünsche dir viel Glück für alle Unternehmer. Danke vielmals. Ein bisschen viel auf einmal. Vielleicht gibt es auch ein Sammelbecken oder so. Also, schönen Dank. Alles Liebe. Viel Erfolg weiter. Danke vielmals. Du hast aber recht. Sie kann einen fast so stark verwirren wie der Waterloo. 08. Nein. 아니면 eine algora, auch immer wieder um. Das ist nicht so cool.